Wir schauen uns uns das neueste Highlight an. Einfach BAM. Oh! Ey, aber wenigstens noch mal ein Fake-Chip von Karma drin. Sehr gut. Willkommen im Satoru-Video. Ich freue mich hier zu sein. Das ist Nassid, no? Doch! Oh mein Gott! Meine Augen! Oh mein Gott! No! Warte, hat er ihn jetzt? Oh mein Gott! Oha, no way auf Irelia! Ja, ein gutes Play hier. Let him in peace! Nein, er kriegt das auch hin, ne? Irelia-Balance-Chat. Oh mein Gott, okay, das war clean. Actually, das war clean. Aber ich kann ihn auch gerne selber fragen sonst. Nicht, dass ich jetzt hier Leute vorschicke für mich. Ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht kann ich aufräumen, mal gucken. Ah, schade. Schöner Schwung. Ach so, die haben, die haben gedings, die haben Texto gespielt. Ich dachte, ich hab zwei Videos an. Oh, wie schmeckt ihr mein unfassbar dicker Cock, du F***! Oh, ich hab den plötzlich dieses hilfsfrünstige... Ich hab den plötzlich dieses hilfsfrünstige... Ich hab den plötzlich dieses hilfsfrünstige... Oh, what the f***! Oh, what the f***! Alter, brav mit Klassiker wirklich! Oh, der f*** man, der mich einfach geräumt hat. Wir hitten gleich Level 2, Flash eh nach vorne. Oh Gott! Oh Gott, Autofill! Ich hab's kaum gesehen. Du gehst von dem gleichen League of Legends? Weil du hörst dich an, als wenn du von einem Bingo-Abend erzählst. Du gehst mit League of Legends zwei Stunden an der Tasche, dass du krätzt. Ja, so geht's mir bei Dings zum Beispiel. Der Charmander mehr. Aber es reicht? You died. Oh, das war die Irelia Mitte, Freunde. Ja, Nomad muss sich mal von mir coachen lassen, ha? Er hatte noch Flash! Ich find... Ich find das irgendwie... Ich weiß nicht, warum, Trek. Aber ich find das irgendwie süß, wie Torki reagiert. So, andere Top-Lander würden jetzt beleidigen oder sonstiges. Und er reagiert einfach wie so'n Grizzly-Beer. Da wird euch ne Furie kennenlernen. Die wird euch eure Seele aussaugen. Und daraufhin werdet ihr nie wieder glücklich werden in eurem Leben. Oh, Riot Games! Riot Games! Das... Das ist die Sektion. Kyuji! Kyuji! Kyuji ist so... Gut, Alter. Your plane! Bring on your plane! Hilf mir! Du gehst jetzt nach vorne runter. Okay, dann zeig ich dir, wo ich diese... Du bist so ein Stück! Du bist so ein Arschloch! Ja, 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 ja. Geil. Der Kollege überschätzt sich gerade, by the way. Mogel. Alter, Tanja! Stopp! Junge, imagine! Man ist einfach so gut wie Two-Stone-Lol! Ah, ja. Emotional wie immer. Oh, bam, Alter! Ich finde, Gragas sieht so satisfying aus. Aber ist halt einfach hässlich. Also, Gragas. Warum der stimmt nicht? Er ist so ein hässlicher Champion. Oh, Darius. Ah, das ist... Das ist no way auf Darius. Bam! Stimmt Darius' Jungle, ne? Habe ich jetzt auch gesehen, irgendwie als Videotitel. Junge. Das muss aber auch Bock machen, honestly. Kriegt man richtig Bock, Darius zu spielen? Wow. Das ist er. Der erste Pentacle des Projekts. Let's fucking go, man. Niko, hit euch! Niko, hit euch! Niko, hit euch! Darius sagt maybe. Ich wäre aber auch gerne gut auf Artox. Ich finde, Artox ist auch so nice. Das Healing! Was ist das denn? Okay. Keine Ahnung, was dafür macht das Zeugchen, aber... Ich habe meine Qs gehittet! Let's go! Nein, auf der Weite! Jetzt Karni auf Darius. Du schaffst das, Karni. Hello there. Oh Gott. Lauf! Irgendwie sieht das bei Serratos anders aus. I like it here. I just might stay. What? Macht das jetzt trotzdem noch? Ne. Da kommt Karma. Cedric, ich komme von vorne. Some shivers down your spine. Oh! Nice! Let's go! Das ist so nice. Bumbe! Oh, den Clip habe ich auf TikTok gesehen. Das sah so heavy aus. Der Damage einfach. Look at this, Alter. Keine mehr. Und ich habe es heute genervt, der ADTF, ne? Ja, lock dich zu mir. Da kommen noch mehr Gages. Nee, das ist Nunu. Nee, als ob das klappt. Du musst das Schild wegmachen. Das Schild. Was? Die hucken jetzt. Nach hinten laufen. Jetzt, jetzt. Weiter laufen. Weiter laufen. Weiter laufen. Ich sehe gar nichts, ey. Es ist dunkel. Jetzt können wir sie runterrennen. Sie haben sie rennt. Ich runterrennen. Das ist sehr süß. Nooo. Warte, was passiert jetzt gerade? Peter in Feuer? Wie cool. Wie cool. Das ist der Play, dann bitte. Weißt du? Das wollte ich immer schon mal machen. Wie cool war das denn? Oh, das ist meine Dodges. Bam. Mogul. Ja, so muss das. Schöne Dodges. Ah, die waren wirklich Kien. Schöne Dodges. Habt ihr gesehen? Die Q gedocht jederzeit. Es gibt Streamer, die sich immer mit Jeans hinsetzen. Das habe ich nie... Das mache ich auch nicht. Das sind aber auch Ketzer. Weißt du, das sind so Leute, die haben ihre Oma in fünf Teilen im Kühlfach liegen. So, das sind diese Menschen. Was? Ja, du weißt doch, worauf ich hinaus will. Natürlich. So, das wäre hier mit der Link. Der Cut hat ja auch illegal viel Movement. Aber es ist halt umso geiler, wenn du die Sachen dodge definitiv. Auf jeden Fall Like in Chat, ne? Ich mache jetzt auch noch einmal das Video rein. Es ist einfach so cool, dieses Streamer. Es ist so fun zu schauen. Au. So geil. So cool. We are glorious. We are glorious. We are glorious. Fire from тем.